Ich bin Batman! Mit fabulissen, goldenen Glitter um den Kopf drumherum. Ne, jetzt musst du nur irgendwo runterspringen und fliegen. Genau. Dann glaub ich dir auch. Pass du auf, ich hab nen scheiß Bogen gelernt. Ich hab eine Bratpfanne. Ich hab eine Bratpfanne. Dann hab ich zwei. Ich hab eine Bratpfanne. Du und Weilding. Machst du denn das Dach noch fertig? Oder soll ich das auch machen? Was? Das Dach vorm Haus. Das kannst du gerne selber machen. Ich hab ja noch vier hellgrüne Steine, also... Äh, nee. Doch, hab ich. Nee, das nehmen wir nicht fürs Dach. Also diese Lags, ne? Ich glaub wir machen gleich wirklich Pause, bis hier ein gewisser jemand die Ursache gefunden hat. Ich kenne die Ursache, ihr alle kennt die Ursache. Also tust du's doch. Äh, nein. Ähm... Aber schau mal, wenn das jetzt schon zu viel ist, wie sollen wir die Map hier beenden? Nehmen. Nehmen wir einen gewisser Dach. Es geht nicht. Entweder es geht nicht, oder aufm Server umziehen. Und wenn du denn bezahlst, hab ich absolut nichts gegen. Kommt da bei der Stuckleiste eigentlich noch irgendwas, oder ist die fertig? Die ist so fertig. Die andere Seite kommt nur in eine andere Farbe. Ich hatte da keine Liedertreppen mehr. Die lagen da noch rum, deswegen... Ach so. Genau. Wir werden für dieses Haus jetzt keinen einzigen Block mehr craften. Wir nehmen noch Blöcke, die wir haben. Okay. Und wenn das die Steine ausgehen, bauen wir mit Wänden weiter. Also mit, ähm, mit Blas oder so. Mhm. Das wird das Schönste auch, dass wir hier gebaut haben. Wir haben immer noch Beehires, mit denen wir arbeiten können. Also... Ja, aber die haben eine Nutzen. Die würde ich eher ungern verwenden. Aber wir haben 31 Meadows Hives, also da haben wir genug Platz davon. Okay, ja. Ein paar können wir nutzen. Trotzdem haben wir auch noch Slimy Leaves. Die geben gute Fenster ab. Das wird sauer! Ich weiß, ich glaub ein Stockwerk reicht. Was? Da wird das aber ein sehr breites Stockwerk. Nö, das ist jetzt so hier fertig gleich. Was? Ich kann Marco schon verstehen. Es ist recht albern, was hier veranstaltet wird. Kann ich nur achten. Das ist aber das größte alberne Haus, was es so gibt. Nee, ich weiß nicht. Ich verliere da richtig die Lust dabei zu zocken. War's wegen der Legs oder wegen der Blödelein? Ja, wegen der Blödelein. Natürlich. Ja, ich hab ja keine Legs. Ja, richtig. Ja, toll. Ist gut, dann kommen noch Fackeln rein, dann war's das fürs Erste. Ach komm, das Haus, das kann man später noch umbauen. Das ist wirklich eins zu den Häusern, die waren jetzt nur als Scherz. Ja. Du meinst mit umbauen sicherlich abreißen. Später, klar. Ich mein doch umbauen. Nein, du meinst abreißen. Ich weiß es. Wir können außen eine Fassade dran klatschen, dann passt das. Ja, am besten komplett schwarz. Ja, oder pink. Ja, nee. Da sind wir doch keinen. Wie kommt's jetzt auf pink? Wieso eigentlich immer ich? Melanie hat das aufgebracht. Was? Aber du hast es grad noch gesagt? Ja, einmal. Genau, Corby. Immer du. Ja, eben. Adels. Ja. Das kannst du nicht mehr sagen. Wir haben grad wirklich ein Mädel hier im Kampf. Was? Wen? Wen? Ja, du natürlich. Oh. Die hat mich auch ignoriert, okay? Dann kann ich das bei ihr auch. Ich seh grad, das ist sogar asymmetrisch. Richtig schön. Also, du bist Frank. Ja, so sieht's aus. Ach, du bist Frank. Der Kerl da. Ich hab auch schon gemerkt. Sorry, wer warst du nochmal? Das ist ein gut aussehende Typ am anderen Ende der Leitung. Die hat dich nie gesehen. Ich kann da nicht eins bleiben. Aber ich hab mich schon mal gesehen. Das bezweifle ich sehr stark. Auch nicht im Original, nur im Spiegel und auf Fotos. Das klingt eigentlich. Das ist einfach so blöd. So, genau. Deine eigenen Augen hast du noch nie gesehen. So, zurück zum Thema. Ich persönlich find ja, dass Cobblestone und Cleanstone-Plattformen ein bisschen was langweilig sind. Ich glaub, wir nehmen besser Eichenholz, oder? Ja, das brennt jetzt sofort ab. Bostein wär mir lieber. Das mit Glas. Ja, Mossstone. Mossstone ist aber wertvoll. Nein, ist es nicht. Scheiße, verdammt, ist das wertvoll. Sobald man etwas unendlich auch bekommen kann, ist es nicht mehr wertvoll. Die jemand, der ist ja auch wertvoll. Adäquat der Zeit unendlich bekommen kann. Eben. Wir haben doch hier unendlich viel Zeit, realen theoretisch. Adäquat der Zeit, sag ich. So eine Besichter, red deutsch mit mir. Wer hat eigentlich diese ganzen Schalter hingesetzt, mal so am Rande? Was? Das war ich. Äh, krank. Warum? Warum? Weil, äh, sie dann automatisch rausziehen aus den Kräuter. Äh, es reichen die Schalter für den Input-Kram. Die müssen nicht an jeden Vorabschnitt dran. Doch, natürlich. Ich dachte eigentlich auch, also ich kenn mich da aber nicht aus. Anders geht's nicht, ich hab's schon mal ausprobiert. Also, Rohre, die ein Redstone-Signal brauchen. Ich glaub, unpraktischer geht's nicht. So wahnsinnig wär kein Mod-Entwickler. Ja, wie würdest das du denn machen? Sag doch mal. Die drei Schalter lassen und alle anderen abbauen. Welche drei Schalter? Die drei Schalter. Ja schon, aber es kommen ja noch mehr dazu. Äh, meinst du nicht, dass drei, vier, fünf Stück für den Anfang reichen? Ja, ich bin aber vorausplanend. Ich weiß, dass ich, dass wir mindestens noch 40 oder sowas brauchen, damit wir eine anständige Energieversorgung haben. Ich weiß aber schon, dass du einen davon platzierst, du den Server überlastest, ne? Dann reiß ich wieder ab. Ich glaub kaum, dass der Server an sich überlastet ist, sondern eher die Leitung. Momentan läuft's ja wieder. Momentan, ja. Na ja, kann besser laufen. Mal kurz schauen. Oh ja, jetzt geht's wieder. Wie viele Prozesse lassen braucht der Server eigentlich momentan? Vielleicht so vier, fünf Prozent. Okay, dann könnte ich den vielleicht sogar doch hosten. Momentan zumindest. Später müssen wir dann schauen. Was hast denn du für ein, äh, Prozesse? Intel Pentium Dual Core. Oh, ne, ne. AMD bei irgendwas, sechs Kerne, äh, neun, ne, 3,9 GHz. Pro Kern? Ja. Aua! Können klappen. Es geht auch darum, dass die Aufnahmen und so weiter. Hallo. Äh, Frank. Ja, hallo, irgendjemand? Ich komm hier einfach zu gar nichts gerade. Ich bin tot. Deswegen haben wir Türen. Ich werde von jeder Seite geschlagen. Du hast die Tür zugemacht von außen, meine Güte. Ich bin doch drin gewesen, schon. Du warst draußen. Du hast mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Herrgott. Okay, äh, so geht das nicht weiter. Und das sieht so wundervoll aus. Ein paar Items habe ich einsammengedrühren, die da rumlagen. Den Rest nicht. Ich habe mich nämlich gerade an unserem schönen Haus eingespürt. Ah, so. Ja, die liegen da noch alle rum. Auf allem, du bist auch gerade da. Schlafen. Ich fall gerade wieder. Aha. Minus 1000. Minus 1200. Okay, ne. Ich bin noch mal raus. Ich bin auf dem Weg. Ja, danke. Vielleicht komm ich ja zum Schlafen. Äh, das. Platziert doch einfach mal ne Magnum Torch. Oh ja. Wir hatten doch vier Stück. Für einen kurzen Moment. Ja, da oben in den Kisten sind die hier. Ah ja, hast du die? Ich hab sie jetzt gerade, ja. Gut, dann verzieht ihr einfach mal hier raus. Und 3 zu 1 weichert Viecher. Baldhut. Jo. Sieht so aus. Erlebt noch. Zumindest spawnen jetzt keine mehr. Ich fall schon wieder. Du hast viele im Inventar. Drei, 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 Drei. Ah, 1! Alter, was ist denn los hier? Ja, wir überspielen Surveys, glaube ich, so weit. So geht das nicht weiter. Bis gleich! Ich zieh deinen mal wieder aus, einfach nur weil das mit meinem goldenen Band sich irgendwie nicht gut macht. Ja. Also ich will ja ne Sonnenbrille. Dankeschön. Den wollt ich haben. Meine Güte. Hallo. Der kommt da. Der kommt da. Der kommt da. Schlag dich drum. Oh, das geht aber auch nicht so. Ich will meinen. Ha. Wie das auch? Als hätte ich ne Krone auf oder so. Der schiefe in den Kopf. Markus ist immer noch der Beste mit seiner Frisur. Die da gerade durchsicht. Warte mal kurz. Ähm. Ähm. Hier, nimm du mal. Okay. Ich überleg grad. Mit der Frisur. Nimm mal meinen Kopf mit der Frisur. Hä? Wo ist er? Den hab ich hingeworfen. Ich hab keinen gekriegt. Ich hab Frank ihn aufgehoben. Nein, ich hab ihn nicht. Hä? Hast du den jetzt grad aufgehoben? Der lag, der ist hier grad. Ah, jetzt. Der ist hier grad zu deiner Richtung geflogen. Sieht so gesund aus. Ich hab jetzt, ich hab leider noch Franks Kopf. Das bringt jetzt wenig. Du kannst ja noch einen abschlagen. Simons Kopf und, ähm. Und, und. Markus Kopf sind ja noch an der Wand. Wenn der so Kopf noch oben bewegt, das sieht so krank aus irgendwie. Du stehst im Bild. Äh. Ja. Au. Wow. Du hast nen Pfeil schräg im Arsch stecken. Nein, bitte nicht. Alter. Was hab ich? Du hast nen Pfeil schräg im Arsch stecken. Geh mal auf F5. Das ist mein Pfeil. Ja, anders auch. Sieht gut aus, ja. Wir sind heute echt für nichts zu gebrauchen, he? Ja. Ja. Übrigens, ähm. Hier ist nochmal Franks Kopf für den der will. Ich will meinen Kopf wieder. Sieht der eigentlich auch. Aha. Ich kann den Pfeil unterdrücken. Toll. Wie hast du das gemacht? Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, ähm, komischen Magneten. Ach so. Deswegen geht der bei... Oh, okay. Aha. Oh. Jetzt kannst du stundenlang los. Jetzt kannst du stundenlang los. Ich muss PvP noch an. Nein, nicht den Creeper. Nicht den Creeper. Nee, ich kann den Kopf nicht leiden. Der Kopf kommt wieder in die Wand zurück. Ja. Ach so, ja. Copy, du hast, ähm, Silber? Kann das sein? Ich hab was? Mein Silber? Äh, nee. Zinn, 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 Zinn. Das hab ich, wie du gesagt hast, in die Schmelze gelegt. Ui, schön, danke. Mhm. Oh, perfekt. So ein bisschen. Es kommt noch mehr dazu, keine Angst. Ah, dann geht das halt nicht. Das heißt. Ähm. Gut, also wir wollten uns erstmal schlafen legen. Moment. Bis schon wieder Nacht ist. Mach das mal. Ach ja, und ähm. Die Schwierigkeitsstufe muss wieder hochstehen. Ach so, ja. Better. Ähm, das war was nochmal? Ähm. Ich glaub, Difficulty 2 dürfte normal sein. Ja. Nee. Null ist... Null ist peaceful, eins ist easy, zwei ist normal, drei... Drei ist schwer und vier ist Hardcore und fünf ist Adventure, oder wie? Ja, irgendwie so. Der Difficulty Normal. Normal. Normal, naja. Du hättest einfach Difficulty Normal schreiben können, das Raff der Server glaub ich auch. Weiß nicht. Ist das Bad Boy auch so verdreht? Ja. Ist doch voll hübsch, oder? Mhm, das gehört eher ins andere Haus. Nein. Das Haus hier ist richtig im Kopf. Das andere Haus können wir auch wieder umbauen, das ist kein Problem. Ehrlich, das ist, das ist zwar hübsch, aber das ist Augenkrebs. Von mir aus kannst du da so stehen bleiben, wir sehen es ja eh kaum, das sind ja Bäume davor. Noch. Mhm. Ne, auch nicht mehr lang, genau. Ähm, hat irgendwer einen Redstone? Nope. Nope. Brauche auch grad ziemlich viel Redstone. Ja, argumentieren wir also, woraus machen wir die Plattformen? Kabel, zum Beispiel. Äh, wo ist die... Kabel ist aber so grau und langweilig. Wo ist, wo ist die Seafin, die hier drin stand? Die hab ich mir geklaut. Warum? Weil ich das Zeug jetzt hier mal langsam aufbauen will. Wo? Hier, Automatik und so weiter. Hm. Ah, ne Auto-Seafin, okay. Im Direwolf-Style, wie ich das hier sehe. Äh, na ehrlich, warum ist das hier so viele Schalter? Weil Frank hier expandieren will. Weil Frank. Weil. Weil Frank, ja. Ich bin ein Grund. Ich kann aus Thoren und so. Wie war überhaupt nicht kopiert, nein. Ja, ich baue's halt jetzt provisorisch, dass mal lafft. Lafft. Das ist komplett kopiert, aber... Jetzt brauchen wir nur noch so'n Ding. Ah ja, das ist gut. Verkirma, das heißt, wir brauchen wieder in der Lade. Und äh... Haben wir eine? Haben wir eine? Wunderbar. Aber die krall ich mir jetzt und dann kriegt die ja nie wieder. Und ob sie, dann brauchen wir auch noch mal. Oder haben wir noch was von? Was ist das, wenn ich die Erden der Perle ins Nichts werfe? Geil. Dann werde ich die schlaaagen. Mein Gott. Okay, danke. Jetzt ist er sicher. Ich hab dir extra angelegt. Das war zwei, haha. Glück. Ja, wundervoll. Puh. Warum outputtet der nicht automatisch? Du musst... Ne, du machst ja rechts outputt. Ne, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt, okay. Sehr gut. Du hattest hier bei diesen autonomen Dingen irgendwie noch das Orange, ne? Ah, so. Okay. Ja, hat noch... Ich bräuchte einen Eimer nochmal. Oder irgendjemand, der nochmal ein Stück Labe, ein Stück Wasser reinfüllt in den Ignite Extruder. Oh, ich hab noch mal einen Eimer, ja. Achso. Ja, ich hol Wasser dabei. Was denn Wasser überhaupt noch da oben? Das ist so unglaublich hübsch hier gerade. Ich glaube, ich finde das hier hinten sieht so unglaublich mies aus, aber das ist meine meine auch. So, jetzt kannst du der Opsi machen. Na voll. Juhu. Ah, krass. Der läuft grad von selber, wie praktisch. Hm. Du brauchst ihn nur hinstellen und aufessen. Ja, aber eigentlich will ich Dust haben, weil ich brauch Redstone. Also muss ich den manuell machen, das ist super, vielen Dank. Ja. Kein Ding. Du mich auch. Ich weiß nicht, so ein Round-Drobin oder so haben wir hier gar nicht drin, ne? Wo dann mal hier mal so und mal so gegeben wird. Wir können das wenigstens parallel setzen. Ähm. Machst du noch jemand den Hammer grad da? Weil hier dürfte irgendwo noch einen Hammer drin liegen wahrscheinlich. Einen Steinhammer hab ich noch hier, ja. Ich mach das jetzt bloß mal provisorisch so, dass man das nicht immer aufsammeln muss. Ja, sowieso glaub ich. Ich hab aber auch hier einen Steinhammer, passt schon. Okay. Da lag hier noch einer rum. Okay. Ich hab gar keine Werkzeuge mehr, ist alles kaputt gegangen. Oh Mann. Oder hat jemand meine Eisenhacke? Nee. Eisenhacke? Nee. Eine Tinhacke hatte irgendwer. Tin? Nee. Aber Hunger hab ich wieder. Eine Eisenhacke hatte ich. Einfach mal hier durch, hier. Hast du eine Pick of Miss Fortune? Kannst du mitnehmen? Wofür hab ich eine Anstand, Digga? Äh. Du kannst notfalls die Pick of the Core nehmen, wenn du willst. Nee, die verlier ich dann wieder, das wär zu schade. Das wär's tatsächlich. Ich baue mir noch wieder eine Eisnach mehr jetzt genug. Tin haben wir ja nicht. Und Eis. Die Gantons von ihm auch jeweils nur eins. Bäh. Ja. Lange Overhaul ist blöd. Ach, was du nicht sagst. Ja. Provisorisch, bis du deinen Opsi-Hopper fertig hast. Wer hat sich mein Eisen geklaut? Äh, aber nur Eisen. Ich bräuchte auch noch mal welches. Ja, da war... Ein ganzer Block war hier in der Kiste drin, aber jetzt ist alles weg irgendwie. Also ich hab nur einen Block. Und den wollte ich eigentlich zu Stahl verarbeiten. Ach so. Was brauchen wir denn, Stahl jetzt gerade? Das Eisen ist erstmal wichtiger gerade. Also zwei Eisen hab ich hier. Ist gut, hier sind fünf, das reicht exakt. Brauche ich nur ein Eisen. Ja, wo bist denn du? Da. Hier. Jo, danke. Weil den Block hab übrigens ich verwendet. Ach so. Ich hatte den Sinn darin nicht gesehen, warum der da rumliegen sollte, der Block. Und ich brauchte Eisen, also hat das gepasst. Ach so. 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 Jetzt auch. Hm. Aber wir wollen ja nicht kopieren. Genau. Ja, mach das was mal, äh, wieder weg, sonst gibt das hier noch ne Katastrophe. Hat jemand noch Blei übrig? Ähm. Ich hab ein gebrochenes Bleiarz hier, ja. Hm, ne, wenn dann nur was anständig ist. Was machst du da? Das hier weg. Weil's stört. Warum stört nicht? Ist das hier Pulverrestlet, oder? Ist das Arbeit? So, tada. Okay. Sehr cool. Exotic Seed. Was ist das? Was denn wo? Exotic Seed. Ich glaub das ist für so einen Dschungelbaum. Oh, geil. Dovendor. Okay. So. Vielen Dank.